Hiho, hier ist Ronja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversity. Meine Stimme ist immer noch im Eimer. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, okay? Es tut mir leid, ich arbeite dran, aber... Ja, noch ist es nicht perfekt. Jedenfalls, wir haben letztens das Intro zu Diversity gespielt. Falls ihr die erste Folge noch nicht geschaut habt, dann guckt hier oben beim i erst die erste Folge, damit ihr auch den ganzen Kontext kennt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht's jetzt los. Cool, Magnet Presents! Okay, jetzt fangen wir an! Herzlich willkommen zu Diversity! Okay, guck mal, ich glaub, das ist unser Tempel. Ihr habt das cool gemacht. Okay, das sieht richtig schick aus. Hier können wir reinpacken. Und ich hab, verbaut sich der Tempel langsam auf. Okay, okay, das klingt logisch und schlüssig. Okay, ja, wo die Tups sind. Ich glaub, es geht aufs Knotches, Tups. Mehr oder weniger so Open World. Guck mal, jede Richtung führt irgendwie zu einer Wolle. Du siehst so die ganzen Farben hier. Oh, guck mal, da hinten sind so diese Bögen mit grün und pink und das Blau. Ey, das ist voll geil! Das ist so richtig hübsch gemacht. Aber, wie kommen wir hier rüber? Ich glaub, wir müssen zuerst was anderes machen. Okay, warte mal. Tups, jetzt lass ihn doch bitte! Oh nein, was ist das hier? Warum fließt hier ein Stein? Wo ist es so? Hä, das sieht richtig merkwürdig aus. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Komm mal, Tups, komm mal her. Ich werde es nicht töten, wenn ich dich sehe. Tups, komm her. Was ist das denn? Guck mal, wie müde das aussieht. Das rollt. Hä? Stein, guck auf den Stein. Auf welchen Stein? Auf den, der rollt. Ich seh keinen Stein dabei. Auf den, vor dir. Ich seh den auch nicht. Tups, mach die Augen auf. Kannst du mal ein Resource Pack installieren? Nein, es gibt keins. Nicht? Okay. Runde. Tups, vor dir ist ein Stein. Hey, bei mir ist auch nichts mit dir. Ich seh so blind. Du, Topflodom ist nicht da bei mir. Du bist unsichtbar. Nur fürs Protokoll, okay? Das ist eine Dreispieler-Map. Das heißt, wir verbargen nicht wieder irgendeine Singleplayer-Map, okay? Also diesmal liegt es wirklich nicht an uns. Ich hab uns hier einen Baumwaxen lassen. Wir wissen schon, welche Wolle die erste ist. Okay. Welche Wohle? Ah, nein. Oh, ich wäre fast gefallen. Tups hat es leider nicht geschafft. Schade. Das ist geschieht, Tups. So, das ist voll unfair. Ich bin... Das ist voll unfair, Mann. Okay, wo ist denn der erste Wolle, wo wir hinmachen? Okay, warte mal. Hier, über diesen grünen Bogen, oder? Wo Tups herkommt. Da können wir hingehen. Warte, hier ist die Mitte. Warte, hier steht... Hier ist weiß. Hier ist so ein weißer Block. Ja, glaubst du, wir können zuerst die weiße Wolle machen? Ich weiß nicht. Wie kommen wir denn zur weißen Wolle? Tups hat die weiße... Äh, Tups, wie zur Hölle hast du gerade die weiße Wolle genommen? Ich habe rieselig draufgedrückt. Jetzt tue ich es in meine Kiste rein. Es haben alle fliegende Inseln. Ich weiß nicht, auf was du zuerst hinkommst. Du hast sie aber nicht in die Kiste. Warte. Oh, löschte die erste Hände. Analyse das Item. Bitte zurücktreten. Oh, warte, warte, warte. Es ist hochgefahren. Jetzt? Warte, jetzt blubbert die Kiste. Achtung, aufgepasst. Oh, ich blubbert wirklich. Au. Verstanden? Bitte zurücktreten. Tupf mit dem Block rausgekackt. Wir haben die weiße Wolle. Scheinbar, Rechtsklick ist die richtige Antwort gewesen. Es wird dunkel. Ich habe nochmal gerecht. Es könnte sein, dass es deswegen dunkel ist. Oh, oh, du kriegst gerade wie so ein Teletubby. Oh nein, ich lege. Ich lege auch. Hier. Okay, ich lege nicht mehr gute Nachrichten. Okay. Ich glaube, die Brücken haben sie jetzt geöffnet. Du meinst? Ich finde es gut, dass wir erstmal eine halbe Stunde gebraucht haben, um die weiße Wolle zu finden. Hier brauchen wir Phantom-Gondola-Toll. Was ist das? Trivia-Brench. Was ist denn das? Phantom-Gondola-Toll. Trivia ist auch, wo du fragen müssen musst, so Dinge über mein Kopf. So, so, ja. Hier, Pink können wir machen. Dick daneben, rechts. Okay. Hier ist ein Schalter. Okay, okay, okay. Nein! Warte, warte, warte. Okay, das baut sich auf. Parkour-Branch, nein! Parkour, let's go! Yeah, ich bin Parkour-Profi. Guck mal, das ist... Ah! Anscheinend haben wir nur eine gewisse andere Zeit. Okay, ich glaube, wir bauen ein bisschen langsam für Parkour. Okay. Okay. Ich schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Ich werde das andere auch aufrehen. Nein, 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 lass uns das Pinke machen. Wir müssen es eh irgendwann machen. Habt ihr auch. Brei-Bahn-Brüche, wenn ihr neu spawnet. Ja, lass uns das Pinke machen. Aber wir machen, diesmal springen wir direkt los, weil das Erste kommt, okay? Ja. Okay, okay, lass machen, lass machen. Oh nein, ich hab gelegt! Okay, ist egal. Duft, ich mach das. Ich hab gelegt. Warum machst du das denn auch, Ronja? Ich wollte nicht lecken. Ey! Nice! Okay, lass es drauf. Nö, müssen wir es alle drei schaffen. Nö, ne, ne, es passt schon, glaube ich. All players must be on teleporter for activation. Okay, das ist eng geschwürt. Wir müssen alle draufstehen. Auf dem Teleportier-Gerät. Ah! Okay. Und jetzt? Ich hab gerecht, klickt. Das ist schön zu hören. Warte, hier ist... Warte, hier ändert sich die ganze Zeit die Farbe, wenn man rechts klickt. Lass mal eins! Guck mal. Cannonball run. Okay. Lass... Ah, Tops! Ah, ne, ich wollte nur zeigen, wie das alles läuft. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Nein, nein, nein. Okay, wir fangen jetzt an mit Grün, okay? Es war einmal. Oh, lol. Hey, ich bin am Ende. Jetzt sind wir hier. Das heißt, es war einmal. Das ist so ein Märchen-Ding. Okay, das ist diese... Oh, das ist alles so. Up on time. Okay, wir müssen hier hoch. Das ist wie diese Bohnenstange, die in die Luft wächst. Oha! Da gab's beim Shrek, beim Computerspiel gab's ein Minigame, wo du auch mal hoch musstest. Bist du nach Bohnenstange? Oh nein, oh nein. Weißt du, auf Shrek-Spiel? Ja, auf Shrek-Spiel bist du der Beste. Eigentlich alle. Shrek 1. Ah. Ich hab nie Shrek geguckt. Oh mein Gott. Ja, Ronny denkt bestimmt, Hulk ist Shrek. Nein. Shrek ist Teil von den Avengers, denkt Ronny bestimmt. Ihr seid gemein. Ich bin schon fast da oben. Okay, jetzt mal ohne Mist. Bewegt sich bei euch der Stein nicht? Bei mir sind die Steine. Freunde, das ist bestimmt noch ein Reasons-Pack vom Ausbruch-Map drin. Ja, warte mal kurz. Oh nein, das sieht ganz anders aus. Ich hatte vor... Hier sind ja gar keine Steine. Ops. Oha! Wie kommst du in ein neues Königreich? Soll ich euch porten? Ja, warte, warte. Ich will hier selber hochspringen, okay? Wenn ich runterfalle... Ja, wir sehen uns wieder in Folge 20. Shut up. Ich bin Parkour-Meister, okay? Oh, du bist auf Diversity 2. Ja, das ist schön, dass du das gespielt hast. Dann kannst du uns die Anspielung erklären. Ah, ich bin gefallen! Port mich, Flo. Missteps. Guck, also hier kommst du... Schau mal, da unten. Bist du da? Ja. Hier unten kommst du rauf von den Wolken-Dingern. Und jetzt bist du hier. Okay. Und ich glaube, wir müssen einfach weiterspringen. Das ist einfach nur zu Deko alles. Sicher? Ja, ich glaube auch. Hier steht Jack, nie von ihr gehört. Aber Jack ist ein Männername. Also wissen wir schon mal, das stimmt was nicht. Mich interessiert die Lore nicht. Also ich muss sie weiter aufgeben. Mich interessiert die Lore. So. Hier steht... Was ist passiert? Ich war am Gärtnern und auf einmal... Gärtnern. ... ist irgendwas transformiert. Hier steht... Transformer. Schnell! Bau uns eine Escape-Route über die Wand. Und Mario sagt... Geht nicht. Ich habe fast den Mario Tennis Credit Record gebrochen. Da ist Anna bei dich beschäftigt. Ey, ich stelle einen neuen Rekordaufgabe hier. Das ist die eigentlich Tue in Wirklichkeit nur so, als ob ich mich für die Lore interessiere. In Wirklichkeit warte ich, bis die anderen das Jump'n'Run geschafft haben und Flo mich portet. Oh! Ah! Oh nein. Hier kommt der einfache Teil, glaube ich. Oh! Tops! Das war nicht aus Versehen. Das war nicht aus Versehen. Nein! 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 Junge. Nicht, leider nicht! Nicht, nicht, nicht. Ja, dann lass mich an. Frieden. Frieden. Okay, Frieden. Frieden, ja. Frieden. Hand drauf, okay? Du kannst hier so drauf. Oh, weia. Ah! Oh, weia. Okay, das wird jetzt schwer. Oh, das... Wie ist die Lage? Ähm... Leicht luftig mit Auslösung. Geh mal kurz weg, geh mal kurz weg. Du schubst mich sonst. Hey, Fro, bist runtergefallen? Ich glaube, du kannst noch nicht schubst. Du musst hier drüber, doch! Du musst doch drüber, warte mal. Warte, es läuft gut, es läuft gut gerade. Oh, ey. Jedes Mal viel runter. Oh, du hast gerade jetzt geschafft? Ja! Warte, hast du dich doch zu mir geportet? Du hast mich fast runtergeschubst. Haha, hab ich gern gemacht. Hab ich gern gemacht. Das freut mich. So, liebe Freunde. Ich mach das. Ich, unser Parcoursmann. Frau, mein ich. Ich hab schon mal gesagt, dass ich eigentlich die Idee dahinter hasse, das alles ausschreiben zu müssen, wenn man eine Kummer halt eingibt. Wie auch immer sich das überlegt hat! Topps war schon wütend, weil sie ja 1.13. Oh nein! Oh, bitte, hör auf, Topps zu schubsen. Hey, ich bin oben. Und jetzt? Weiß ich nicht. Und jetzt? Ich bin auch fast oben. Ich hab Achievement bekommen. Ja, ich auch. Hast du los gefallen? Gut gemacht. So, ich war jetzt auch oben. Oben am Stängel. Achievement. Und jetzt? Ähm, ich glaube, wir müssen eigentlich wirklich so in die Burg rein. Flo hat das einfach nur so gedacht. Wir sind jetzt hier einfach hochgeklettert. Ohne Grund. Okay. Hey, aber meine Parcourskills. Habt ihr's gesehen? Die waren richtig gut. Nein. Doch! Ey, wir können eigentlich mal die Bock haben. Doch! Ich spring jetzt. Tschüss. Just and me. Hä, was müsst ihr machen? Ich guck die Leute. Das hat man davon, wenn man sich nicht für die Lore interessiert. Oh nein! Ich hab endlich meinen Kopf zurück, aber ich glaube, ich hab ihn falsch herum aufgesetzt. Schreibt hier einer. Okay. Das ist nicht gut. Ey, vielleicht müssen wir doch wieder ganz unten, oder? Nein, nein, nein. Vielleicht müssen wir einfach mal in die Burg rein. Das ist eine komische Overwatch-Map. Sorry. Aber das Schloss ist geschlossen. Ja, was soll denn das einflogen? Okay. Oh, Leute, das ist wirklich ein Parcours. Ist hier ein Parcours? Aber komm mal, das sieht easy aus. Das sind Parcours. Das sind Parcours, die kann ich. Okay? Sicher? Ich stelle in meinem Parcours immer wichtig. Immer eine Stunde früher, als ich echt gekommen bin. Los, Hörner, ich geb dir einen Schubs. Danke für den Schubs. Ich bin gefallen. I quit YouTube three years ago, but he won't let me leave. Tops. Dein Lach ist dumm. Hat das schon mal jemand gesagt? Das ist ein Schrei. Dein Schrei ist dumm. Hat das schon mal jemand gesagt? Okay, Ronja beleidigt mich. Ja. Ronja ist böse. Ronja riecht nach Fisch. Ich bin schon wieder gefallen. Ich kann den Parcours teilen. Ich kann das. Ich kann es wirklich nicht aufhalten. Gerade habe ich den Parcours teilen erfolgreich geschafft, wie jeder gesehen hat. Ich glaube... Ich weiß. Guck mal, hier sind Bogen und Pfeile. Ich nehme mir einen Bogen und ein paar Pfeile mit. Wir haben... Was hast du es genau gemacht? Wir haben... Es war einmal kompliziert. Okay, Alexa. Ja. Ach, wir müssen hier rauf. Oh nein. Oh nein. Tops, man muss hier rauf. Warte. Du kleiner, gekennhafter, dreckiger... Tops, nein. Tops, man muss aber hoch bei den Falltüren. Lass mich hoch. Ja, lass ihn doch hoch, Tops. Was soll denn das? Frieden. 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 Erstmal warten. Frieden. Nee, du kommst gleich auch hoch. Du kommst jetzt fort. Du hast mich runtergeschubst. Tops. Warte, warte, warte. Okay, jetzt haben wir es. Klo, lass ihn. Da. Ihr habt das Gefühl? Das war eine lange Serie. Das war eine lange Serie. Oh. Aber das ist okay. Okay, das wird schwer. Für Ronja wird das eine mentale Herausforderung sein, glaube ich. Oh nein. Äh, echt freezy. Ja, für Ronja, aber weißt du. Hallo, Tops. Wie wäre es, wenn du mal nicht so toxic bist? Ich bin nicht toxic, ich bin einfach eine Erde. Ich habe mich doch oft genug... Was zur Hölle? Ich meine, hast du mal drüber nachgedacht, dass du einfach toxic bist? Wie komme ich denn jetzt da rüber? Kann man da rüberspringen? Wie komme ich denn da hin? Ist unmöglich. Ich bin gefallen. Es geht nicht. Ihr geht nicht weiter. Wie ist das Wetter so bei euch? Bei mir ist es angenehm. Es ist nicht zu heiß. Es ist nicht zu kalt. Okay, kommst du hoch? Ich stopfe mich nachher voll mit Sushi. Was macht ihr noch so heute? Ähm, ja. Ich stopfe Sushi voll mit mir. Okay, auch schön. Ey, das ist richtig schwer. Ja, warte, wie komme ich denn da hoch? Tops, Tops, was sollen wir denn hier weiter? Das ist legit unmöglich. Ich bin an der Stelle und es ist unmöglich. Nein, du musst springen und in die Falt hier zuklappen. Dann hast du einen höheren Block. Ja, warte, 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 warte. Was? Ich komme, ich habe die aufgeklappen. Doch, 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 doch. Ist das nicht machbar? So. Das geht überhaupt nicht. Ah! Hey, Flo, du kleiner Penner, ich war schon drüben, du. Ja, aber ich wollte runter porten. Okay. Du kannst ja aufhören, Krieg zu führen. Wir müssen hier rein. Warte, da musst du ein bisschen lauter sprechen. Hier ist ein Flugzeug. Nein! So was von vertient hast du das. So, ich meine, jetzt hier die Klappe zu. Okay, wir sind ein Flugzeug. Hä, und jetzt? Oh, oh, warte, ich bin einfach drüber gerannt. Okay, das geht. Es gibt flugs, diesen Zug. Ab in den... Ab in den Donutschein! Ja, ja. Guck, hier wird sie reinspringen. Das musst du in jedem Level finden. Warte, warte, und da kann man rein? Ja. Und dann haben wir gewonnen? Ja. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und genau, dann sehen wir uns nächste Folge. Wie gesagt, Diversity kommt jetzt immer sonntags, dienstags und donnerstags auf meinem Kanal. Also, wenn ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert den gerne und drückt die kleine Glocke. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn immer ein neues Video live geht. Macht's gut, bis morgen. Ciao!